Für viele Frauen ist sie die Bibel der Mode, die Vogue. Das Magazin versorgt Frauen weltweit mit den neuesten Modetrends und Designer-News. In Metzingen hat am Mittwoch jetzt der erste Vogue-Concept-Store eröffnet, der sechs Monate lang aufstrebende Labels die Gelegenheit bietet, ihre Designs so einem internationalen Publikum zu präsentieren. Besucherinnen und Besucher der Outlet City haben außerdem die Möglichkeit, im Concept-Store echte Schnäppchen zu schlagen. Die Preise sind nämlich sowohl vor Ort als auch online mindestens um 30 Prozent reduziert.